Hallo, heute kommt mal ein etwas anderes Video. Da ich ja selber nicht mehr in die Schule gehe und gar nicht mehr weiß, was Schülerinnen und Schüler so wirklich auf der Seele liegt, habe ich ein Kummerkasten-Video gemacht. Ich möchte gerne erfahren, was dir Sorgen macht. Jeder Mensch hat ab und zu Sorgen, das ist ganz normal. Das ist das ganze Leben so, das geht immer so weiter. Es sind Herausforderungen wie keine Freunde haben, kein Geld haben, Angst vor irgendetwas haben, etwas vielleicht nicht gelernt zu haben oder Probleme in der Familie zu haben. Das sind Herausforderungen, die man meistern kann. Mich interessiert, was dich bedrückt. Vielleicht fühlst du dich in der Schule nicht wohl. Aus irgendeinem Grund. Da gibt es viele. Oder du hast zu Hause Stress. Auch da gibt es viele Möglichkeiten. Vielleicht hast du Probleme mit Freunden. Wirst gemobbt oder findest keine Freunde. Vielleicht bist du umgezogen und fühlst dich einsam. Oder du hast Lernprobleme. Oder Wissenslücken. Dann schreibe mir das doch in die Kommentare. Schreibe es dir von der Seele. Hier kannst du andere um Rat fragen. Und mich natürlich auch. Blöde Kommentare werden schnell gelöscht. Das verspreche ich. Aber ich glaube, das passiert gar nicht, denn hier sind ganz viele tolle Leute unterwegs. Dieses Video ist von Lernförderung.de und wenn du nicht in die Kommentare schreiben willst, kannst du mir auch eine E-Mail schreiben an mood.lernförderung.de Ich werde ganz bestimmt antworten.